Hallo Leute, willkommen auf meiner Seite, schön war die Zeit, die Zeit auf dem alten Broadcasten, auf dem C64. Darum präsentiere ich einen Witch Hunter Entertainment Clip, produziert von mir, Harlequin F.J. Nächste besten Strategiespiele der damaligen Zeit, jedenfalls meine Meinung, und zeige euch spannende Szenen aus dem Game, ich präsentiere den Storm Rising. Noch ein Hinweis, der Clip besteht aus ca. 1000 Einzelbilder, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020